Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Eine alte Frau sitzt in ihrem Schaukelstuhl an der Veranda, als plötzlich eine gute Fee erscheint. Du hast drei Wünsche frei, sagt die Fee zu der alten Frau. Hm, grübelt die alte Frau. Als erstes wünsche ich mir, dass ich reich bin. Die Fee schwingt mit ihrem Zauberstab und schon sitzt die alte Frau in einem Schaukelstuhl aus purem Gold. Als nächstes wünsche ich mir, jung und schön zu sein. Die Fee betätigt ihren Zauberstab und schon ist die ehemals alte Frau jung und schön. Gut, meint jetzt die junge Schönheit, als ihr alter Kater ihr zwischen den Beinen herumstreift. Jetzt wünsche ich mir, dass mein lieber Moritz zu einem jungen, schönen Mann wird. Die Fee schwingt ein letztes Mal den Zauberstab und verschwindet. Vor der Frau steht der schönste Mann, den sie jemals erblickt hat. Sie bekommt weiche Knie, als der schöne Jüngling seinen Kopf in ihre Richtung beugt, glaubt sie doch, er würde sie jetzt küssen. Doch stattdessen flüstert ihr ihr ins Ohr. Ich hab gewusst, dass es dir irgendwann einmal leid tun würde, mich kastriert zu haben. Das passt auch mit der hellen Mädchenstimme, wo er keinen Schwanz mehr hat. Ja, das stimmt. Ein Mann im Rotlichtviertel. Er fragt eine herumstehende Dame, was bekomme ich für 10 Euro? Da kannst du dir höchstens einen runterholen. Enttäuscht geht der Mann, kommt aber nach einer Viertelstunde wieder zurück. Was willst du denn schon wieder hier? Entrüstet sich die Nutte. Bezahlen. Wenn mein lieber ein Hörbuch wäre. Eltern? Und wie läuft die Arbeit? Ich? Och, die Arbeit läuft ganz gut. Erzähler? Doch die Arbeit lief nicht gut. Trump ist Präsident und seine erste Amtshandlung erwirft eine schwarze Familie aus dem Weißen Haus. Genau mein Humor. Ich verstehe dich, Wikipedia, aber uns allen fehlen 8,3 Millionen Euro. Bis wohin hast du gelesen? Hab ein Eselohr reingemacht. Das ist ja alles voller Blut. Ja, das Eselohr war recht frisch. Pascal? Komm schon, geh endlich weiter. Für einen Pascal machst du echt viel Druck. Ich finde es super, dass jetzt nach einem Schwarzen auch ein geistig Mädel der Präsidenten in den USA werden konnte. Papa, wo wohnt eigentlich der Erfinder von Burger King? In Woppa-Tai. Deine Hose ist offen. Ja, ich hab Bereitschaft. Hab heute ein Kilogramm Lakritzschnecken gegessen. Morgen kacke ich mir den Satz Winterreifen. So ein Ledersofa ist auch nur eine Kuh, die vermöbelt wurde. Ein kleines Herbstgedicht. Es ist nass, es regnet derbst, Herbst. Wenn sie das erste Mal bei dir zu Hause ist. Soll ich die Schuhe ausziehen? Nein, alles. Lustige Witze gibt es immer freitags um 17 Uhr. Mit einem Daumen hoch würdest du mich grandios unterstützen. Und wenn du gerade neu hier bist, abonniere doch meinen scheiß Kanal. Bis nächste Woche. rallечь Zuschauer aufbunden mittel company. envolk Pist, informative. impров irgendwas. Hier ist alles gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. saving Two gli HAVI in einem Bereich. Gesaute Wir.